Bittgebet bei der Niederwerfung aufgrund der Rezitation des Koran. Mein Gesicht hat sich vor demjenigen niedergeworfen, der es mit seiner Macht und seiner Kraft erschaffen hat und sein Gehör und seine Sehkraft ermöglicht hat. Und segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. O Allah, schreibe mir dafür eine Belohnung bei dir auf. Nehme dafür eine Last von mir und mache sie, die Niederwerfung, für mich bei dir zu einem Schatz. Nimm sie von mir an, wie du sie von deinem Diener Dawud angenommen hast. Nimm sie von mir an, wie du sie von deinem Diener Dawud angenommen hast. Nimm sie von mir an, wie du sie von deinem Diener Dawud angenommen hast.